Wird meine volle Erwerbsminderungsrente deshalb gekürzt, weil ich eine private Riester-Rente und eine private Rentenversicherung ausgezahlt bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, schon wieder eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de, aufgrund dessen es sich wirklich mal lohnt, wieder ein Video zu drehen. Und zwar zum Thema Hinzuverdienst an eine Rente wegen Erwerbsminderung. Meine Damen und Herren, ich habe heute am 30.01.2024 gegen 14 Uhr eine E-Mail bekommen. Und zwar fragt da der Anfragende, ja, schönen guten Tag, wie verhält es sich bei voller EM-Rente im Falle einer Inanspruchnahme der privaten Riester-Vorsorge und Auszahlung einer Lebensversicherung? Sind das Hinzuverdienste und wenn ja, wie hoch ist ein eventueller Freibetrag? Vielen Dank und ja, da wollen wir doch einfach gleich mal in das rechtliche Geschehen eingreifen. Und zwar zeige ich Ihnen einfach die entsprechende Vorschrift, die uns hier praktisch im Grunde genommen zur Verfügung steht. Und ich mache das mal gleich ein bisschen größer, dass Sie das Ganze alles gut sehen können. Und zwar haben wir hier den Paragrafen 96a, Rente wegen Erwerbsminderung und Hinzuverdienst, meine Damen und Herren. Und dann steht also drin, dass Hinzuverdienst an die EM-Rente angerechnet werden kann unter bestimmten Voraussetzungen, 40% Anrechnung und, und, und. Und dann sagt aber das Gesetz, und zwar in Paragrafen 96a Absatz 2, ja, hier unten, wir sehen es, ich mache das mal ein bisschen höher. Als Hinzuverdienst sind das Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbares Einkommen zu berücksichtigen. Diese Einkünfte sind, wenn sie dann kumuliert zusammenfallen, zusammenzurechnen. Nicht als Hinzuverdienst gilt, das Entgelt, das eine Pflegeperson von der pflegebedürftigen Person erhält, oder das Entgelt, was ein behinderter Mensch von dem Träger der genannten Behindertenwerkstatt erhält, meine Damen und Herren. Aber das Entscheidende sind diese drei Begriffe, Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbares Einkommen. Und da kann ich unseren Anfragenden also mehr als beruhigen, die privaten Altersvorsorgen, die sie da ausgezahlt bekommen, sei es die Riester-Rente, sei es eine Berufsunfähigkeits-Rente, sei es eine private Lebensversicherung, entweder als Rentenleistung oder als Kapitalleistung, sind grundsätzlich nicht als Arbeitsentgelt und nicht als Arbeitseinkommen. Arbeitseinkommen ist das Einkommen des Selbstständigen oder vergleichbare Einkünfte zu bewerten. Auch Betriebsrenten sind kein Hinzuverdienst, die an die EM-Rente anzurechnen sind. Was aber Hinzuverdienst sein könnte, wäre zum Beispiel Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Da kommt es natürlich dann wieder an auf die Art der Rente, ob das überhaupt anrechenbar ist. Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente ist es nämlich nicht anrechenbar, das Krankengeld oder das Arbeitslosengeld. Aber in unserem Fall ist die private Riester-Rente und auch die private Lebensversicherung, wenn das eine Million Euro sind, die sie da ausgezahlt bekommen, nicht an die Erwerbsminderungsrente anzurechnen. Das gilt im Übrigen für die volle EM-Rente, als auch für die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Hinzuverdienst und EM-Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.